auch sehr auch sehr schön hört sich erst mal leichter an als es nämlich ist also würdet ihr lieber immer die wahrheit sagen bei allem was ihr sagt oder lieber immer lügen überlegt euch das jetzt erstmal gut weil es ist nicht so offensichtlich das scheint sagt immer die wahrheit easy das ding ist nämlich bei wahrheit sagst du immer die wahrheit so also wirklich komplett und bei lügen kannst du nämlich überlegen du kannst ja auch nur so ein teil davon das ist so ganz leicht das verflunkern wie du möchtest quasi ich habe das gefühl dass es mehr also dass die lüge quasi ein bisschen eine frage variabler ist als die wahrheit das ist nicht dass ich sage immer das was ich denke du sagst immer die wahrheit aber nicht immer das was ich denke eigentlich sagst nur immer die wahrheit wenn mich jemand fragt sich scheiße aus dann dann musst du ja sagen aber du musst nicht immer sagen du denkst dass er scheiße aussieht du siehst scheiße aus weil er hat sich nicht gefragt so weißt du musst immer nur dann die wahrheit sagen wenn du was sagen würdest also wenn du etwas sagst muss die wahrheit sein so rum aber ich kann mich ja trotzdem mit der person unterhalten also ich kann jetzt mit dir sagen hallo bla bla ich muss jetzt nicht sagen mein gott bist du hässlich klar aber dann darfst du darfst aber dann auch nicht sagen so hey so hey na wie geht's dir gut ein zweites beispiel was wenn ich jetzt sage hey wie geht's dir dann darfst du nicht einfach sagen gut aus prinzip weil du musst dir die wahrheit sagen das heißt du erklärst genau wie es dir geht so ja geht so weil weißt du so ich hab durchfallen weißt du müsstest du dann sagen halt von daher ist es ich finde es richtig schwierig immer die wahrheit oder immer die vollständigkeit ja du musst die wahrheit erzählen die wahrheit ist dann die wahrheit wenn sie so klar gemacht ist wie sie halt ist glaube ich trotzdem immer die wahrheit sagen ich finde es richtig schwierig maik wie es bei dir ist so eine sache also wahrheit sagen finde ich an sich ja ganz gut macht das leben auch eigentlich einfacher problem der sache ist dich werden so viele menschen hassen es werden mich so viele menschen hassen dafür dass du dir die wahrheit hast aber ich glaube immer wenn du lügst dann kriegst du nie wieder was du willst willst du den film mit mir gucken nö willst du das mit mir machen nö dann kriegst du nie wieder worauf du wirklich bock hast willst du jetzt mal komm lass mal vögeln gehen du hast richtig bock nö ich hab keine lust aber da kannst du es ja vielleicht du musst ja nur lügen vielleicht das heißt also du musst ja nur lügen so hey siehst du heute gut aus weißt du dann kannst du ja was ist wenn du dann sagst ja weil wenn sie eigentlich nicht gut aussieht und du sagen würdest nein ja und wenn sie gut aussieht ja dann sagst du dann musst du ja trotzdem nicht direkt nein sagen sondern kannst du deine lüge ja so verbiegen wie du möchtest jetzt machen wir mal ein beispiel ist schwierig tatsächlich aber weißt du so dann kannst ja theoretisch sagen kannst ja dann lügen und sagen ich fand dich in dem kleid von damals hübscher oder so das ist ja nicht gelungen oder ohne klamotten finde ich süßer oder so das ist keine lüge naja wenn das gelogen ist ja ganz ehrlich also würdest du sagen ich finde ich nackt hübscher als lüge keine ahnung wenn das bei der person so ist oder eben nicht so ist wenn du nicht kennst kannst du es gar nicht anwenden ja also ich finde wahrheit definitiv einfacher ja einfach ist auf jeden fall aber ich finde es keine ahnung ich finde es auch besser möchtest du noch was trinken nein geil bist du hungrig nein du wirst einfach nur verloren die ganze zeit zum leben richtig hart verloren okay im alltag ist wahrscheinlich beschissen ja okay also was würdet ihr nehmen wahrheit okay ich würde auch die wahrheit nehmen aber nicht so leicht wie man denkt oder weil wahrheit immer sagen ist auch blöd okay egal dreimal wahrheit liebe leute was würdet ihr nehmen das ist für euch auch so leicht oder nicht sagt es uns in den kommentaren und bis zur nächsten frage